wieder mal eine kleine information und zwar werde ich in den nächsten tagen relativ häufig auf twitch arc streamen wenn ihr also lust auf arc habt dann schaut gerne vorbei davon werde ich nichts aufnehmen und irgendwo anders hochladen ich weiß nur dort streamen und werde nebenbei ab nächster woche sprich ab montag versuchen alles material was ich gerade habe also was ich schon gerendert habe raus zu hauen weil ich aktuell enorme probleme habe mit sony vegas pro 14 ich weiß nicht ob das an vegas saure liegt oder sowas wodurch ich eigentlich effektiver sachen wegrennen wollte also weg rennen wollte ich muss noch mal gucken woran das liegt heißt ich will erstmal alles weg hochladen was ich schon fertig habe und aber ansonsten könnte ich mich eigentlich vermutlich fast täglich dann bei twitch mit arc sehen so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017